Herzlich willkommen hier zurück auf der Map Stappenbach im Multiplayer auf Mr. Veschi mit dem Nico. Hallihallo. Und dem Tim. Hallo. Und ich bin auch noch dabei, der Fabi. Tim ist die Sabine. Äh, Nico ist die Sabine. Ich wollte gerade sagen, Tim ist Tim. Tim ist Tim. Immer noch. Fabienne. Genau. Beim Nico sieht man das ja. Ja. Ja, bei mir sieht man es am schönsten. Also am besten. Wir haben in der letzten Folge gepfuscht. Wir machen ja immer Pfusch auf unserem Hof. Deswegen ist uns hinterher eingefallen, dass wir ja hier das Glaspack von der Moddingwelt haben, mit dem wir ja hätten Grassamen produzieren können und das Mähen eigentlich totaler Humbug war, was der Tim gemacht hat. Naja. Deswegen machen wir die letzte Wiese heute noch mit dem Mähdrescher. Und was in der letzten Folge angefallen ist, ja, das machen wir halt jetzt noch so normal weg. Oder? Meine Zuschauer können jetzt auch sehen, ich habe jetzt 30 beziehungsweise 40 FPS statt 20. Und ich nehme trotzdem auf. Ja. Der Nico ist jetzt auch in den Genuss des Renderns auf der Grafikkarte gekommen. Ich meine, ich bin ja hier schon seit Ewigkeiten unterwegs mit 60. Ja gut, so gut bin ich dann auch noch nicht. Außer du drehst halt mal die Kamera, dann geht es halt mal runter. Ja, bei mir auch. Das ist aber normal. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Also, wir haben nämlich vor uns ein bisschen abgestimmt. Tim wird das Zeug schwaden, Nico wird es mit dem Ladewagen einfahren und wir hopsen hier in den Glasdrescher und werden uns um die nächste Wiese noch kümmern. Ich fahre schon mal los, den Schwader holen. Immer hinten die Scheibe aufgemacht. Der Steier geht aber gut vorwärts im Vergleich zu dem Fendt, den ich vorher hatte. Der hat auch ein paar PS mehr. Das ist auch unser stärkster Traktor. Habe ich jetzt aber die Ehre? Das habe ich beim letzten Mal nicht ordentlich aufgeräumt, das Schneidwerk. Schande über mein Haupt. Game on me, ne? Komm hier hinten bei der Ausfahrt nicht gescheit um die Kurve. Wer hat denn hier den Ladewagen alles so reingestellt? Hier kommst du minimal... Jetzt kommst du wieder so ein Idiot. Du wartest jetzt... Hier steht nämlich auch noch genau ein Schild. Also den Ladewagen so hier reinzufahren, das ist ein Millimeterarbeit gewesen. Wie mache ich das jetzt? Weil hier haben wir eigentlich schon gesät. Wir fahren dann heute hier in dem Staub vom Fabi. Staubt das ja mal ein Gras tricht? Nein. Glaub nicht. Das ist so ein Hinswert. Wenn das jetzt auch nur aus dem Spiegel kommt, Gras tricht. Achso, beim Gras dreschen auch groß stauben. Ja. Oh Gott. Da fliegen nur die Pollen. Hohenflug. Hohenflug, Achtung, Achtung, alles einräumen. So, wie war das jetzt mit dem? So, dann schalten wir ihn mal an. Mal auf den Tempomat einstellen hier. Also das ist schon wieder ein ganz anderes Zock. Du musst auch die anderen Messer drauf machen. So. Warten wir mal den Servicewagen. Ja, ich kann mal den Steuer hier gerade neben auf dem Feld fahren. Oh. Don't be. Ja, das Schneidwerk ist leider noch auf Korn ausgerüstet. Warten wir uns mal den Sprinter. Wir sind so arm, ne? Unser Mähdrescher ist noch nicht mal zugelassen. Denk ich mir auch schon die ganze Zeit. Äh. Grünes Nummernschild. Äh. B, A. M, M, R machen wir mal. Mal was Neues. Hier nochmal ein Leerzeichen. Ich glaube, ich habe in die falsche Richtung gedrückt. Also bei mir wird jetzt nur der Träscher registriert. Wahrscheinlich, weil ich es oben habe. Ein Stückchen weiter vorgefahren. Äh. Doch. Warte, 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 warte. Ich kann es ändern. Äh, ne, nicht die Halmteiler. Ich brauche, äh, Schneidwerk für Gras. Genau. Das hat man auch schon mal, deswegen kostet uns das auch nichts. So. Okay. Jetzt kann ich hier... Muss ich wieder aussteigen, um die Klappe zu machen. Jetzt kann ich hier mit arbeiten. Sind da wieder sechs Minuten um. Fahren wir wieder mit durchdrehenden Reifen an. So. An. Und dann legen wir mal los, ne? Okay, es staubt doch ganz schön. Echt? Das Grasdrechen. Dann halte ich ein bisschen Anstand. Aber wir kriegen immerhin ein bisschen Gras samen und der bringt gutes Geld. Und dann warten wir nochmal zwei, drei Tage, dann ist diese Wiese hier auch wieder voll. Und Geld können wir definitiv gebrauchen. Also wir haben jetzt mehr als in der letzten Folge auf dem Konto. Aber das liegt einfach da dran, dass ich für den Schwader, mit dem der Tim gerade arbeitet, Kredit aufgenommen habe. Und ich habe halt etwas mehr aufgenommen, dass wir einfach ein bisschen noch Polster haben. Also eigentlich haben wir noch weniger Geld als vorher, weil wir noch verschuldet sind. Genau. Aber immerhin für die paar Liter Gras samen kriegt man ja zusätzlich noch Geld. Genau. Und das Gras, wie ihr seht, fällt ja trotzdem hier hinten aus dem Drescher raus. Ja, das kann man ja trotzdem noch einfahren. Wobei ich mich frage eigentlich wofür. Wir haben eigentlich keine Tiere. Na ja, man kann doch bestimmt irgendwo das Gras auch verkaufen. Stimmt, man kann auch Gras verkaufen. Ich wollte gerade sagen, das geht auch irgendwo verkaufen. Also hier sind wir deutlich schneller als mit den Mähwerken zurück. Ja, aber jetzt breit. Ja, wir haben das 9 Meter, das 9 Meter Vario-Schneidwerk. Ja, wir haben schon mal für die Zukunft geplant. Ja, wir haben auch mal größer werden. Irgendwie Leck ist bei mir gerade im Endeffekt. Bei mir gar nicht. Meiner läuft eigentlich auch flüssig. Es gab nur ein kurzes Leck, weil ich die Scheinwerfer angemacht habe. Nee, bei mir überhaupt nicht. Gut, brauche ich eigentlich nicht dieses selbe Lug hier. Doch, erst 8 Uhr. Guck, hier geht noch eine Ausbuchtung rein. Viel Spaß, Nico, beim Einfahren. Danke. Ich könnte mal das Lenkrad noch zu mir herklappen im Drescher. Wäre angenehmer zu fahren, oder? Hm, da muss man sich nicht so strecken. So. Jetzt bleibt hier ein schmaler Streifen stehen. Oh, wir kriegen aber gut Grassamen, wisst ihr das? Wir bekommen auch gut Gras. Schön. Dann brauchen wir nur noch Long Paper. Haha. Es wird wie ein Matrisch sein. 10? Wie, ne? Ich fahre 20. Kannst du beim Dreschen nicht schneller als 10 fahren? Ja, da muss ich mal den Gasflug ein bisschen. Wir holen uns mal ein bisschen Sicherheitsabstand. So, dann ist es wendig und dann geht es hier wieder hoch. Nach der Folge gehe ich ab und essen. Das sage ich gleich mal dazu. Und nicht aufklappen, Rupert zu fahren. So, aber ich habe ja auch das Felge schon fast fertig. Das werde ich in der Folge noch schaffen, denke ich mal. Wollen wir dann in einer Woche zwei Folgen rausbringen, oder? Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, das mit aufzunehmen. Ja gut, der Tim kann ja auch mal eine Aufnahme davon machen, wenn wir uns online stellen. Ist ja auch nicht das Problem. Kann ja auch drauf. Ist ja nicht so, dass der ist... Ist ja so geplant, dass der Server immer läuft. Oder zumindest zu Zeiten läuft, wo wir meistens eigentlich alle da sind. Ja. Das wäre natürlich auch mal so eine Frage an die Zuschauer. Habt ihr Interesse dran, mal ein Tutorial zu sehen, wie man sich selbst einen LS-17-Deticated-Server aufsetzt, um nicht abhängig von den Lügen zu sein? Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare rein. Also ich kann mal so ein kurzes, kleines Tutorial machen, wie man sich so einen Server selbst aufsetzt. Ich gucke ja bei euch zu. So stimme ich jetzt schon mal zu. Also ein Jahr. Zwei. Zwei. Ist es nicht immer so, dass Mitarbeiter von so Abstimmungen ausgeschlossen werden? Klar. Nee, aber... Ja, vielleicht... Weißt du, gibt es davon schon Tutorials? Ich habe eigentlich nichts gefunden. Ich habe auch nichts gefunden. Aber es ging eigentlich relativ angenehm. Weißt du, also... Keine... Ich würde sagen, keine riesen Sache, das zu machen. Wir kriegen auf jeden Fall einen guten Attrag. Uh, das war jetzt ein... Ich glaube, jetzt hat er selber mal gespeichert. Das kann sein. Weil nach einer Stunde speichert er nämlich einmal. So habe ich ihn eingestellt. Der stürzt ja auch nicht ab. Sagt das mal nicht. Wenn Windows auf die Idee kommt, Updates zu installieren und der Server mal neu startet, also der Rechner, auf dem das Server läuft, dann ist er halt weg. Erstmal. Ja, dann musst du einfach die Update-Installation auf manuell stellen. Ja, das muss ich mal noch machen. Beziehungsweise Windows Update die Dienste einfach deaktivieren. Hast du jetzt nicht eingefahren, Nico. Dein Hangar ist doch voll. Ja, ich habe jetzt die letzten drei Meter nicht. Nicht nur die letzten drei Meter. Dir fehlen die letzten 20 Meter. Bis neben deinem Traktor, wo du gerade warst, ist bei mir noch eine Spur. Ja. Das zählt nicht. Soll ich das Gras verkaufen oder einlagern? Können wir es Gras einlagern? Können wir es überhaupt verkaufen? Das ist die Frage. Guck doch, Nico, guck doch ins Menü. Ja, da stand Gras. Na ja, wenn da Gras steht, kann sie auch Gras nehmen bei der Agrabis. Ja, aber vielleicht sind es ja Gras Samen. Das ist doch ein anderes Symbol, die Gras Samen. Was haben die Gras Samen denn? Was hat denn Gras so an sich für ein Symbol? Oh, hier steht es. Ja, Gras ist dieses Büschel. Ja, da kriegst du bei der Biogasanlage unter Harnsbach am meisten. Ja, aber die Biogasanlage unter Harnsbach kostet 120.000 Euro, glaube ich. Oder 400.000 Euro, ich weiß es nicht. Ich habe das letzte Mal geguckt. Da kannst du das nicht trotzdem einfach hinfahren? Nein, weil da Barken stehen und du nicht aufs Gelände fahren kannst. Ah, ja gut, dann musst du zu Agrabis. Da gibt es halt ein paar Euro Bedingungen. Ja, die Agrabis. Was hat doch ein anderes Symbol. Nein, Gras ist da eigentlich dieses Büschel-Saal. Nein, also von... Ah, nein, dieses Büschel sind Gras Samen. Ja, genau. Aber das merkt man auch relativ einfach am Preis, weil für Gras Samen kriegst du so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Wo ist jetzt der Gras verkauft? Oh, ich schaue nochmal. So, ich bin fertig hier. Ich habe immerhin 3.800 Liter Gras Samen aus dieser kleinen Wiese hier. Das gibt Kohle. Und das Schöne ist, wenn wir das Schneidwerk ja einmal konfiguriert hatten, dann haben wir es ja auch. Also, wir haben jetzt nichts fürs Umkonfigurieren bezahlt. Von, was habe ich getroschen? Weizen auf Gras. Jetzt lass doch mal hier den Papa ins Menü gucken. Das kann doch jetzt sein. Grasverkauf. Da, Gras. Kriegst du los bei... Grasverkauf. Entweder beim Grasverkauf oder bei der Gärtnerei. Bei der Gärtnerei kriegst du ein wenig mehr Geld dafür. Das müsste doch... Oder ist das Heu? Ah, nee, das ist Heu, Entschuldigung. Nee, du musst zum Grasverkauf, stimmt. Wie viel kriegen wir dafür? 180. 174 pro... ...tausend Liter. Besser als nüchst. Das Hauptgeld werden wir für die Grasverkauf kriegen, weil die Farmer zur Agrar ist. Und da kriegen wir dreieinhalbtausend Euro. Das machen wir jetzt noch schnell in der Folge. Komm, Leute, gebt zu. Raus mit dem Röhrchen. Haben wir noch einen Schlepper frei. Naja, wir müssen erst nochmal einen Spader, oder? Nee, du hast doch alles eingefahren. Aber generell, wenn wir auch mal mähen wollen. Ja, wir haben... Achso, wir haben den hier jetzt nur gemietet, gell? Nein, der ist gekauft. Ja, aber eigentlich können wir die Mähwerke ja wieder verkaufen. Für was denn? Vielleicht brauchen wir ja irgendwann den Grasverkauf. Ich wollte gerade sagen, irgendwann braucht man die Mähwerke, wenn man zum Beispiel irgendwann mal Tiere haben. Ja, aber wir bekommen ja auch schon Gras, wenn wir dreschen. Achso, stimmt. Hm. Wir bekommen ja auch durch Gras lahm mehr Geld. Macht hier, macht auf die Tür. Macht hoch die Tür, die Tür macht weiß. Jetzt gerade, wo Weihnachten rum ist, ja. Ja, Geld fließt. Wir haben jetzt... Wie viel haben wir jetzt bekommen? Dreitausend Euro ungefähr. Bei mir fließt kein Geld. Achso, warte mal, es fließt nochmal weiter. Ja, es hat kurz aufgehört zu fließen. Jetzt haben wir etwa siebentausend bekommen. Nein, ich wollte nicht aussteigen. 22.000. Hä? Also haben wir jetzt 22.000. Ja. Ich nehme jetzt nicht den großen Hänger, ich nehme den etwas kleineren, weil beim letzten Mal war ich etwas frustriert mit dem krampen Big Body, den wir da haben. Äh, der war etwas überdimensioniert für die Map, wenn man durch die schmalen Gassen von Stappenbach will. Dann nehme ich hier lieber den Fliegel. Hier, mitnehmen. Ja, 18 Minuten haben wir jetzt, das geht noch. Ja. Wir wollen jetzt noch sehen, was wir dafür kriegen. Ich denke mal, für die Grassamen müssten wir mindestens 10.000 Euro kriegen eigentlich. Da können wir doch den... können wir doch mal ein Minimum einen Kredit zurückzahlen, oder? Ein bisschen Kredit könnten wir vielleicht zurückzahlen, ja. Wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Kriegst du da nicht auch dann pro Tag was abgezogen an so? Ja. Ein paar Zinsen werden abgezogen. Dann haben wir, glaube ich, gerade herausgefunden, warum es auf einmal weniger wurde, als wir die Zeit vorhaben laufen lassen. Ja, da kam ja auch der Fahrzeugunterhalt auch noch. Das auch noch. So. Wir pumpen hier die Grassamen drüber. Ich danke euch für die Einstellung, dass wir jetzt 50 FPS haben. So, wo ist jetzt der Agrabis? Der ist auch beim Grasverkauf. Die zweite rechts und dann links und dann geradeaus. Ach, da unten. Wenn der schon so anfängt. Die zweite rechts, die dritte links und so weiter. Oh Gott. Weißt du, was ich mache? Da bin ich dann schon raus. Ja, ich habe mir auch einen Marker gesetzt. Einen Marker setzen, genau. Wo ist er? Ja, da hinten sehen wir, da geht er zum Himmel. Und dann die Hände. Nein, ich höre auf, ich kann nicht singen. Wird mir regelmäßig gesagt. Ei, ei, ei. Wenn wir zu zweit singen, wird es vielleicht was. Nein, nein. Aber nichts mit der Karriere. Und nichts mit den Zuschauern. Jetzt machen wir trotzdem mal die Minimap auch noch an. Ich glaube, die Minimap immer an. Nein, ich habe es nochmal ausgemacht, damit man ein bisschen mehr auf dem Bildschirm hat. Jetzt bin ich hier gleich die erste runterfahren. Da kommt schon wieder so. So, ein Armleuchter raus und blockiert mich. Komm, fahr zu, du Idiot. Immer diese Armleuchter heutzutage. Da kommt schon der Nächste. Immer diese Leute, die in der 50er Zone 30 fahren. Wisst ihr, ihr seid solche Idioten. Kann man die nicht irgendwie hochstellen, dass die 50 fahren? Äh. Ja, dein Kotflügel ist jetzt verkratzt, aber das ist dein eigenes Problem. Wer sich so dusselig in eine Kreuzung stellt, hat es nicht anders verdient. Ich glaube, jetzt hat sich der Fendt mal eine Dusche verdient. Also Nico, du kannst auf meinem Feld gleich weitermachen. Ja, mach ich auch. Der fährt hier um die Kurve, das ist der schiere Wahnsinn. Jetzt muss ich hier auch noch kurbeln wie ein Wildmeister, dass ich hier wieder rauskomme. Das ist aber auch hier in diesem Stappenbach. Ein verwinkeltes Kaff. Naja, wenn du mal guckst, wie sie in osteuropäischen Ländern fahren. So, da vorne ist immer, da ist unser Marker. Ich würde sagen, dann haben wir eigentlich die Folge auch erreicht. Ich denke, heute kommen wir nicht mehr zum Hof, oder? Weil dann müsste ich mich hintacken. Nee, dann machen wir es so. Ich kippe mal ab, mal gucken, was wir kriegen. Oh. Äh. 14.000 Euro. Für das bissl Grassame nochmal. Kann man sich nicht beschweren, oder? Nö, ist okay. Und das war wirklich nicht viel, das war so... Der Boden vom Anhänger war gerade bedeckt. Kann man nicht sagen. Wie gesagt, 3.500 Euro. Ja gut, dafür kriegt man schon ordentlich was, ne? Wenn du den Anhänger voll hast, hast du die 100.000 voll. Aber in der Folge von 12.000 auf 36.000 Euro. Ja, aber wenn wir dann irgendwann mal den Composta kaufen, dann machen wir dann hier auf der Stattenbach das große Geld. Vielleicht sollte das unser Ziel sein, dass wir den als nächstes kaufen, um uns einen Kredit zurückzubezahlen. Weil ich hab auf meiner Singleplayer-Stattenbach-Komposta irgendwann mal gekauft und dann hab ich alle meine Ballen da reingefahren, weil ich halt keine Tiere hatte. Da hat man richtig Geld bekommen. Da hätten wir jetzt auch eine Verwendung für unser Gras gehabt, ja. Da könnte man natürlich unser Gras doppelt vergolden. Wir dreschen es runter, machen die Grassamen und das Gras, was anfällt, schmeißen wir in den Composta. Da hätte ich vielleicht Bock drauf, dass wir vielleicht die Raffinerie mal noch mit reinnehmen, dass wir unseren eigenen Diesel produzieren können. Es gibt doch hier diese Fläche, wo man Gebäude platzieren kann. Ja, die ist da hinten beim Händler, hinterm Händler. Genau. Stell ich dir gerade den Platz zu? Ne. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden, deswegen bin ich zurückgekommen. Achso. Ich hab jetzt gedacht, du wolltest den da hinstellen, hab ich jetzt gedacht. Ne, ne, der gehört oben in die obere Halle wieder. Ja, ich bin jetzt einfach mal so kass gewesen und stell's jetzt einfach jeder zu. Hier steht aber auch Zeug rum, du. Ja. Gut, dann mach ich jetzt auch noch einen Screenshot. Stimmt. Das hab ich jetzt natürlich nicht gemacht, wo ist der Drescher? Rein mit dem Rohr. Er ist zwar jetzt nicht mehr in Action, das können wir nochmal ein bisschen simulieren hier. So. Ich hab auch meinen Screenshot. Ihr macht eure Screenshots immer während der Aufnahme? Ja. Ja klar, dann wird's am besten. Deswegen hab ich den No-Hat-Mod eben normalerweise im Screenshot-Player noch mit drin. Den muss ich auch mal noch draufschmeißen. Die Raffinerie und den No-Hat-Mod. Die zwei müssen mal noch drauf. Haben wir die Raffinerie nicht schon? Ne, ich glaub, die hab ich raus. Du musst ja nochmal die zwei Mods hochladen. Ja. Die kostet zwar nochmal gut Geld, aber ich denke mal, das wird's gelungen. Das Geld ist gut investiert. Ja. Wir brauchen ja was zum Tanken für unsere Fahrzeuge irgendwann mal. Und wenn wir den Komposter mit unserem eigenen Sprit betreiben können, wird's auch billiger. Ich mein, ich sag's mal so, der Fendt hier hat jetzt nur noch 224 Liter. Ich nehm mal stark an von 300. Meiner hat auch nur noch 350 von... Geh mal raus hier, Meister, dann kann ich auch mal gucken. Achso, ja, sorry. Ja, mein Ladewagen ist schon wieder voll. Ne, ich glaub, der hatte sogar 400 Liter. Ich stimmt. Mein Ladewagen ist schon wieder voll. Sehr schöner aus. Dein Ladewagen ist auch schon wieder voll, da siehst du mal. Vielleicht sollten wir doch erstmal noch ein bisschen Kredit aufnehmen und den Komposter uns zulegen. Aber dann haben wir halt auch keinen Sprit und... Mh, das beißt sich alles ein bisschen. Ja. Aber ich möchte jetzt trotzdem die Folge mal beenden, weil wir sind schon bei 25 Minuten. Und ich denke, das reicht jetzt mal von der Länge. Da können wir in der nächsten Folge weitergucken. Ich wollt grad sagen. Genau. Also ich sag dann noch zu meinen Zuschauern, schaut bei Mr. Veschi vorbei, lasst gerne einen Kommentar da. Genau. Bei mir und beim Fabi, Tim, Rufa. Genau. Und wer bei uns hier auf Mr. Veschi zugeschaut hat, schaut gerne mal beim Nico auf Hessen-Let's-Play vorbei und tut doch bitte das Gleiche. Wenn euch die Videos gefallen, lasst Daumen und Kommentare da. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und... Jo, ciao. Ciao. Tschüss.